Hallo und herzlich willkommen zu Planet Centauri mit mir den Kabin und wir haben uns in der letzten Folge ein bisschen Glas besorgt, äh nicht ein bisschen Glas, ein bisschen Sand besorgt, äh wir können uns jetzt Glas herstellen und zwar für Saubertränke. Ich glaube die können wir gut gebrauchen und außerdem ich glaube ich könnte vielleicht eine bessere Rüstung. Da ist ein Boss, da ist ein Boss, kann ich die von hier, der ist ja dumm der Boss, also naja, fängst du dir an, oh kriegst du gleich hier einen Boss oder was, was stimmt mit euch, ne, so, ich hoffe dass das Joop was bringen tut. Wie ihr sagt, also ich denke, also ich denke so, dass das, äh, keine Zombie mehr sparen. Okay, hat sie erledigt, da ist Urina. Gut. Okay, haben wir bloß einen beleuchteten Weg. Oder jetzt sparen wir dadurch weniger. Ich mach das trotzdem. Was soll's. Hallo. Da. Du frisst mich nicht. Du frisst mich einfach nicht. So. Da noch ein Pfunzel hin. So, man würdet jetzt langsam, weil er dachte, kann ruhig mal ein bisschen heller werden. Da ist das stinkende Huhn. Es stinkt. Habe ich gerade Schnittlauch gekriegt? So, also, ich brauche Flaschen, die soll ich hier irgendwo herstellen können. Ich hab da bis jetzt noch nicht gesehen. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Äh, wir stellen uns einfach mal eh in so einen Glasblock her. Oder machen wir mal zwei. Kann ja nicht schaden. Das macht wirklich plus zwei Stück. Ich hab jetzt gedacht, das ist genauso hier, äh, mit Meere. Okay, ist nicht. So, jetzt hab ich Glas hergestellt. Jetzt müsste ich doch rein theoretisch, äh, hier irgendwo... Nö. Ich seh hier nischt. Ich glaub mal, das war nischt. Das war ein Satz mit X, das war nix. Oder reichte, wenn ich das so, vielleicht, dass der sich da die Flaschen alleine macht? Nö. Ja, wo sollten die Flaschen herstellen? Ich hab gedacht, dass man die denn hier oben drinnen... ...machen tut. Stand doch da, im Ofen. Dit is'n Ofen. Ich glaub, wir werden verarscht. Hm. Dit is'n ja jetzt doof. Aber ik kann Glasfenster machen. Da! Kann ik doch so machen. Jut. Ik muss Glas herstellen, dass ik die... Äh, okay. Sechzehn Flaschen. Ich muss Glas da herstellen, dann kann ik hier an... Das ist doch feuer Blödsinn. Ik müsste da eigentlich, da dat einschmelzen und gleich Glas draus machen. Dit is' jetzt nicht richtig durchdacht. So. Ein Zaubertrank. Ik kann jetzt mit Plömschen... Zwanzig HP, zwanzig HP. Ja, dat eene Wut mit Pilzee macht und dat andere mit Blümchen. Bläämschen. Regeneration. Live-Regeneration und immer Lebens... Äh, äh, äh... Also hier Lebensenergie sofort und immer regenerierte, äh... Leben. Halt. Ne? Gut. Also wir sollen aber erstmal hier sowas machen. Mach ik ook. Da. Zwei Stück kan ik mir herstellen. Krasse Ding. Genau, dat is' nämlich Lebensregeneration, äh... Version 2. Also Level 2. Und dat je hebt sofort. Wat krieg ik jetzt dafür? Nischt? Dat is ja ja nischt. Aber ik hab's erstmal gemacht. Dat heißt... Ik brauche meer Blumen. Ik werd wohl die nächste Zeit Blumenkiller spielen. Falsche Taste. Kann mal passieren... Boah, ik stoß mir jedermal meine Nase am Mikrofon. Und ik hab noch nicht mal so ne große. Wut. Sammle 10 Amethysten. Mensch, da schemen. Dat is dat, wat ik gesagt hab. Äh, irgendwann mal. Wo find ik die denn? Okay, ik muss dan ook nog oppassen. Also... Ey, dat is sturmisch grad. Ähm... Ik muss oppassen, dass ik, äh... Quasi die richtigen... Zombies oder Monsters spawnen lasse. Also einfangen und spawnen lasse. Ist wie in Ark. Da kannst du auch nicht hier dat. Gleich von Anfang an. Ja? Also kannst ja schon. Aber ob dat so gut is, dat die nächste war. So, Horstherapäe in Ullelfen. Und dat kehrn zurück. Und ja, dat kennt man aus anderen Spielen. Also quasi, wenn unser durch den Kampf irgendwann mal sterben sollte. Äh... Ist das denn Villa zu Hause? Also in diesen Kristall drinne. Und äh... Quasi dauert ne Zeit, bis wir an Villa... Bis dann sich Villa in Krien tut und wir denn quasi den rausholen können. Kennen wir von irgendwo her. Also... De Bild zeigt ne Höhle. Also kriegt diese Amitisten irgendwo in ne Höhle. Das heißt, wir müssen wieder runter. Juhu! Aber ik werd jetzt mal... ein anderes Ding klären. Ne, erstmal müssen wir ein bisschen wat einschmelzen. Ik mach mir jetzt ne andere... Rüstung. Ik wies doch wat mich da unten erwarten tut. Ik bin doch nicht... Voll played. Ik brauche Kupfer. Ik hab ja 1, 2, 1... Äh, 3 Stück 1. Äh, jut, ok. Äh... Ik kann mir schon mal ein Rüstungsstück herstellen. Das ist auch schon mal wat. So. Eh. Ik hab dat ja alles umgestellt. So, äh... Ik hab... Ne Bronzespitzhacke. Bronze ist doch besser als Kupa, oder? Oder kommt erst Kupa, dann Bronze? Ik, ik, ik. Ik glaub, dass hier nach Kupa erst kommt. Äh, nee. Nicht Kupa, sondern Bronze. Also. Dit, de Bronze. Und den Eisen, Stahl und so weiter und so fort. Glaub ik. Dit is aber kein Wissen. Dit is nur Globen, ne? Also. Ik mach dat aber trotzdem erstmal, ne? Aljo. Ik mach mir eh nen Helm. Und dit warte dan ook schon lang. Ik lobe meer. Können wir uns nie herstellen. Weil meer hab ik nich. Ik brauch meer Kupa. Ik brauche meer Kupa. Und dat jute is, äh... Ik kan hier jetzt ook... Da. Passt maar of. Dat heb ik netestet. Ik kan dit nämlich jetzt hier rinschmeißen. Dan mach ik da een beetje Kohle rin. Ach, hier nehm alle. Das is mir da wuscht. So. Jetzt schmetz ik dit ein. Und dan krijg meer Material, Willa. Mit een beetje Verlust. Aber dat is mir egal. Dat heisst, wir können alles wat wir finden... Willa zurückmachen. Dit is cool. Dit gefällt mir. Dit is richtig. Dit is... Cool. So. Zink. Hab ik. Boah, ik vind dit een beetje... Ik wil stahl. En dit is niet veel. Kan ik niet. En dit kan ik ook niet. Ik glaub dat kan ik alt nog niet. Nee. Er fehlt ons het Material. Ik vind dit een ringeinschmelze. Aber dat heeft LP. Also, leven. LP? Ja, leven. Jut, dat heisst, we moeten wel naar unten. Achtung, ik kom. Ach, ik heb ja nog een jane, die Disch-Attacke. Dit hebt nämlich ook een... Seet dat? Dit heeft geleden energie gegeven. Maar, äh... Zu wenig. Das ist einfach zu wenig. So, warte mal. Ich tausche das auch aus. Also rein theoretisch müssen wir eigentlich erst mal ein paar Blümchen sammeln. Ey, da ist Kuppa. Ein paar Blümchen sammeln, dass wir uns da ein paar Zaubertränke machen können. Ich glaube, das wäre ja nicht das Schlechteste. Komm. Ich komm da nicht ran. Jetzt. Ist nicht viel, aber ein bisschen. So, das ist ein bisschen komisch. Ich nehm erst mal alles mit. Was ich kriege. Ich brauch das doch. Ich hab doch noch ja nichts. Ich hab bis jetzt hier noch keine gesehen. Wahrscheinlich hab ich's übersehen. In meinem Fall bin ich bestimmt schon 20.000 Mal dran vorbeilaufen. Hundertprozentig. Ich weiß auch nicht, welche Tiefe oder sonst so was. Wird ja, wurde ja nichts angezeigt. Ist ja das Problem. Ah, ja. Kommt mir bekannt vor. So. Wir haben da eine Klinik gleich zu klären. Hier haben wir mich den Tisch äh, den elektrischen Tisch Flup, 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 flup. Da ist ein Pilz. Da ist ja Pilz. So, warte mal. Da ist auch äh, Eisen. Ich wollte da zu kloppen, äh, rechts zu kloppen, links, äh, Kabin abbauen. Ich nehme dieses Eisen mit. Das heißt, wir müssen auch, äh, da müsste eigentlich jeden Pilz, jede, äh, alles mitnehmen. Hier. Das könnte ein guter Zaubertrank sein. Für den Anfang. So, was bist du? Nichts. Das ist einfach bloß da gewesen. Oh, Alter, da oben. Da müssen wir nochmal hin. Da, Eisen. Das ist alles Eisen. Und ja, nicht mal so wenig. Das ist alle mir. Das hol ich mir. Darauf kannst du aber ihn lassen. Aber ein Eisen am Boss können wir doch ja nicht bauen. Da brauchen wir doch den Hammer. Den wir wahrscheinlich in irgendein, keine Ahnung, Quest oder so was. Irgendwann, irgendwo werden wir den schon kriegen. Lobig. Weil, wie gesagt, den kannst du nicht bauen, den kannst du ja nur finden. Jo, ein bisschen Kohle, ein bisschen Eisen. Das ist ja schön. Nur Kuppe haben wir noch nicht. Das, was wir brauchen, finde ich nicht. Das ist schon wieder das Mobbing. Ein Pilz? Noch ein Pilz? Hey, das ist mein Pilz. Sag mal, was bist denn du? Du bist nichts. Also, bis jetzt kein Ami-Test oder so. Bis jetzt nichts gesehen. Ich komme nach. Das ist ja Wasser. Das ist ja... Ui, ui, ui. Hätten sie ja wenigstens ein Schild dran machen können. Vorsicht, Wasser. Fällt mir hier da rin. Aber ich sehe die da weiter. Und bitte. Kein Wasser. Kein Wasser. Ey, da ist Eisen. Schau, lachen Kuppe. Es kann doch nicht sein, dass Kuppe hier seltener ist als Eisen. Was ist denn, wenn ich mal kurz den Stöpsel da ziehe? Etwa wahrscheinlich genügend Idee. Ich habe es aber trotzdem getan. Pass mir durch. Gut, hat sich überhaupt nicht gelohnt. Da ist irgendein Glitzer-Dinge-Billei gewesen. So, ich buddle mir hier durch. Das ist vielleicht einfacher. Da ist noch ein bisschen Eisen. Und ein richtig... Boah, Alter. Das ist ein Witz für den Pilz. Es ist ein Mords-Ding. Der kann uns noch neuer Jahre nicht erwischen. Jetzt ist er schon. Wir müssen sich beeilen. So, ein großer, großer Pilz. Ach, da ist noch mehr Eisen. Was ist denn hier los? Das, was ich brauche, kriege ich nicht. Aber, äh, sowas. Ja, das ist... Shit auf die Kohle. Da ist noch mehr Eisen. Geh weg. Oh, Alter. Der hält aber richtig aus. Ja, Mission-Kuppa sieht, äh, gerade nicht so... Und hier das andere Zeug. Da oben ist Kuppa. Ich hab hier von... Ich da. Ein bisschen ist da. Und Amethyst hab ich bis jetzt noch nicht einen einzigen gesehen. In der Beschreibung das sah so aus. Wie jetzt hier ist. Oh, Alter. Schon will er verheftet. Du misst Vieh. Warte, die Hälfte der Lebensenergie weg. Und das Fliege Vieh ist auch hinterher gekommen. Bleib bloß weg. Deine Mutter war eine Steckdose. Ich hoffe, ihr nimmt das jetzt nicht persönlich. Also, ich hab jetzt nicht gedacht, dass, äh, Kuppa bekommen so ein Problem ist. Alter, und wir sollen... Was waren das? 15 Stück davon finden? Es läuft. So, da ist... Keine Ahnung, ist das Eisen? Das sieht... Ich kann das nicht sagen. Das ist ja ein schön finster hier. Finster Walde. Ich klopke mich einfach hoch. Hallo? Nee, das ist... Das ist schon ein bisschen Eisen, ne? Ich hab mich nass gemacht. Das ist Kuppa. Zum Glück bin ich hier nochmal hoch. Das ist... Das will er nicht viel, aber ein bisschen. Das ist ja auch was. Gut, dann machen wir mal hier weiter. Wo das herkommt, ist meistens noch mehr. Also, da, seht ihr? Ich wusste... Ich wusste... Ich wusste... und noch mehr. Und noch mehr. Dann bin ich ja mal gespannt. Also, Armee-Test suchen, aber ich find hier nischt. Äh, und andere Materialien wäre auch cool. Und wie gesagt, ich hab noch nicht gefunden, hammermäßig. Ist ja der Hammer. so, was willst du denn? Hä? Gut, ich kann mich jetzt nicht in Flammen, äh, ran gestecken. Da unten leuchtet, da ist was. Das ist doch Willa so und so und so und so. Achso, ich komm so rein. Das war ein Ring. Ein Tin-Ring. Bin ich jetzt bei Tinder? Entschuldigung. Meine Humor-Schwelle ist ziemlich niedrig. So. Also, ich hab bis jetzt bloß Pilze und Metalle und so gefunden. Aber Armee-Teste oder sonst so was in der Richtung... Nö. Da, ich hasse. Da oben ist auch noch was. Eisen. Ich nehm das immer noch mit, weil ich bin so der Meinung, äh, das ist wertvoller. Ja, hier ist hochziehen. Naher ist das das billigste Zeug. Eisen findest du überall. Du kriegst du, also, Kuppa musst du sammeln. Kuppa, das ist schwierig. Das ist, äh... Hui, ist das da. Junge, nee. Hm. Da ist nochmal Batman. Alter, ich kann immer nicht... Alter, der hat uns aber... Ein großer, roter Pilz. Ich hab immer noch nicht rausgefunden, für was das ist, weil ich kann die kaputt machen. Ach so, wenn ich die so kaputt mache, dann ist da was drinne. Na, wahrscheinlich andersrum. ich hab da bloß noch nicht so richtig registriert. Geht mal da. Wir werden wahrscheinlich ganz schnell nach Hause. Ich hab keine Ahnung, was mich da erwarten tut. Das sieht aus wie irgendwas questmäßig. Ich bin so am Arsch. Stopp. Okay, ich kann auch das hier nicht so nutzen und abbauen und dann... Ich krieg mich. Da ist ne Kiste. Das ist doch ne Falle, oder? Das ist 100%ig ne Falle. Ich kenn das doch. Ich nehm erst mal ein bisschen Energie. Den Heik nehm ich durch. Ich wusste, ich wusste, wo's kommt. Uiuiuiui. Ich hab zum Glück Doppelsprung und so. Ich muss erst mal versuchen, hier zu überleben. Achso, das ist nach Zeit. Und ich seh gerade, das ist ja nicht so gut. Also, äh... Ich würd mal sagen, ich bin noch ein bisschen zu schwach aufgebucht. Ich muss da noch ein bisschen üben. Aber den Weg werden wir hier nie wieder finden. Ach, wir werden das schon wieder finden. Seht ihr? Zack. Wir kommen wieder. Machen wir hier nur Schwarzenegger. I'm be back. Erstmal Amethister. Ich hab ne Krabbe. Okay, 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 äh... Hallo? Hab ich... Gut, ich hab das hingesammelt, aber... Warte mal, du hüpfst nicht viel in den Hintergrund. Ich muss hier erstmal ein bisschen hier... Da ihr seht, der heilt sich gegen. Blub. Blub, blub. Äh, nee, das ist nicht... Das ist überhaupt nicht gut. Das ist mir vielleicht schon du stark. So, jetzt? Ja, jetzt? Musst du jetzt? Komm her. Ich mach dich flockig. Aber ich bin nicht gestorben. Noch nicht. Alter! Der hat uns aber... Achso. Ich gesatze die ganze Zeit fackeln. Kann man mal machen. Da ist kein Pilz auf dem Flur. Ja, ja, ein Pilz auf dem Flur. Ist ja ein Tunnel. Da ist noch ein Pilz. Also, ich find hier keine Amethyste. Ich find Pilze. Und so. Oh, oh, oh. Blitz, Blitz. Ach du Scheiße. Äh. Ich hab ihn. Keine Panik. Keine Panik auf der Titanic. Ha! Jut, Leute. Äh. Ich würd mal sagen... Hier finden wir keinen Blumentop. So, ich bau mich mal kurz hier hoch. Ich will die Pilze haben. Da oben ist noch ne Kiste. Das sind immer diese speziellen Kisten. Die müssen wir uns holen. Ich weiß nicht, dass sie speziell sind. Pass auf, das ist einfach bloß, äh... So, äh... Biomäßig. 300 Punkte. Ey, kann ich mir leisten. Ich hab vielleicht 1000. 10 AP. SP, also Ausdauer Krieg 40. Das ist quasi ein großer, äh... Mischmaschdrang. Das ist ein großer Lebenstrang. Und Teleporter. Cool. Kann ich die auch, äh... Jetzt sind Standardkisten. Nur eben halt, äh... Von woanders. So, jetzt hab ich hier einen Bronzering. Jetzt bin ich noch ein bisschen stärker. Also, wir können die immer verbessern, logischerweise. Aber wir brauchen bessere Materialien. Sprache besseren Stuff. So, warte mal, ich... Mach mal hier so. Was mir hier fehlen tut, ist hier eine Sortiertaste. Ach, ich... Ich hab nicht gesagt. Woher soll ich denn das wissen? Gut. Ich würd mal sagen, ich baue hier die Bienenpilze noch ab. Und ich mach mal kleine Päuschen, weil... es so ist. Ich komm hier nicht ruhig. Ich bin schon zu fett. Den Ruhlmonster. So. Jetzt muss ich aber wirklich ein Päuschen machen. Warte mal, ich baue mal hier kurz zu. Dass nichts passieren kann. Ich mach nämlich wirklich jetzt ein kleines Päuschen. Also, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, hat euch Spaß gemacht und so. Also, tschü!